Herzlich Willkommen zu PUBG Mobile mit Dragonfly. Moinsen. Und wir fliegen dieses Mal woanders dort. Schule klappt immer nicht. Doch, das war da unten. Ja, wir müssen mal was anderes probieren. Und raus. Hey, hi. Wir waren immer Schule. Die Folgen werdet ihr nie zu Gesicht bekommen, weil wir die mal gelöscht haben. Da fliegt auch Wellen. Weil die Schule war immer kacke. Da fliegen mehr hin. Oh ne. Oh na. Alter, was ist das? Da fliegen voll viele hin. Ja, 4, 1, 2, 3, 4, 4, 5. Lass die Häuser rechts nehmen. Wo wollen wir denn hin? Ja, die Häuser da vorne. Komm. Nimm jetzt die Häuser hier. Du bist 400 Meter entfernt. Oh, warte mal. Ja, toll. Nimm die Häuser hier erstmal. Hauptsache ich hab ne Waffe. Ja, hier sind zwei. Wo? Bei dir? Ja. Ja, warte. Versuch in Deckung zu gehen. Ja, ich renne einfach ins Haus rein. Ich versuch hier Knarren zu holen. Oh ja, was soll ich mit dem Scope, ey. Weißen, bei mir ist einer. Oh, schön, keine Waffe. Na doch, ne Pistole. Hier sind zwei. Ich hab einen. Du machst das schon, ne? Ich pusse alle weg. 3 mit Shotgun. 3 mit Shotgun. 3 mit Shotgun. Ich hab nur um P. Wird geschossen. Ich glaub auf mich. Weil ich seh den da im Fenster. Ich hab nur kein Auto in der Nähe, was ich nehmen kann. Ich hab 4 kills schon. Alle mit Shotgun weggeballert. Woll ich zu dir kommen? Ja, wenn du Bock hast. Ja, ich hab 4 kills mit Shotgun. Da ist noch einer. Ja, da ist einer vor mir. Boah, ich hab den Angesetz von hier. Der rennt ins Haus rüber. Einer ist bei mir und sieht mich nicht. 4 kills mit Shotgun. Alle weg. Das ist ein Auto. Und das hol ich mir gleich, wenn ich das Haus hier durchsucht hab. Der eine rennt weg, das ist geil. Der rennt weg von mir. Der wollte zum Auto, aber er hat da nicht gekriegt. Der läuft weg. Ich kill den jetzt. Ich fahr den jetzt um. Ich hol mir das Auto, wenn ich's schaffe. Ich hab glaub ich gleich ein Auto. Ah, da bist du. Da war einer, ne? Da oben rennt jemand den Berg hoch. Boah, ja, ja, ich seh's. Ich fahr den jetzt um mit dem Auto. Ja, ich steck hinten drauf. In O und P. Naja, ich will den umfahren, aber... Naja, komm. Ja, du bist voll weit weg. Ich hol dich gleich ab. Ey, ich hab doch hier auch ein Auto. Ach so, los. Ach, du willst das Auto? Ne, ich hab hier ein Auto. Ja, dann hol mich ab. Ach so, komm mit. Komm mit dem Auto mit. Warum? Zwei Autos ist scheiße. Da kann keiner schießen. Naja, ich will ja nicht schießen. Ich will den weg. Ich will schießen. Ich will den umfahren. Ja, ich will den aber umfahren. Wo ist der? Wo fährst du hin? Den Typ, den ich angesagt habe, der ist rechts. Der ist auf Norden. Der ist auf Nord-Osten. Ja, ich hab den hier aber. Okay, dann fangen wir Richtung Osten. Ne, der ist außerhalb der Zone gewesen. Macht keinen Sinn. Ne, macht keinen Sinn. Wir fahren woanders hin. Guck mal oben. Noch einen. Ach so, du hast ihn getötet. Jetzt endgültig. Wo ist der? Ist der zum Looten? Naja, ich wollte den jetzt looten. Ich hab keine Waffen, ne? Ich auch nicht. Hier ist der. Der hatte nur ne... Oh, der hat die Sky, alter. Du hast doch Waffen. Bei dem wenigstens ist das Magazin damit. Für ne Sniper. Warte, ich schmeiß die Shotgun weg. Wollen wir zwei Autos nehmen? Ja, ja, würde ich sagen. Ist besser. Warte, ich muss mich kurz heilen. Weil hier stehen voll viele Autos. Laufen die meisten? Wahrscheinlich, ne? Warte, wo kann man jetzt hin? Wegen Häuser. Ich fahr hier unten in die Stadt rein. Weil hier sind voll viele Buggys, ne? Ich seh drei Buggys. Da war glaub ich einer, oder was tut das? Ich bin hier gelaufen am Haus. Hier kann man noch looten. Hier sind Häuser. Ey, nur Scheiße hier. Was ist hier? Hier ist gar nichts. Oh, ich hab die M4, ey. Bumm zu. Bluffdown. Warte, hier drin. Ich hab die AK, ey. Boah, ich hab zweimal Energy. Ich kann mich komplett... Werteilen. Ah, das Energy hält gar nicht, oder was? Das... Das... Das geht... Doch, geht. Was willst du hier? Hau ab hier. Danke für deinen Rucksack. Ich hab schon einen Rucksack. Zwei. Hier ist nichts drin, da war ich schon. Ich hab hier ein Magazin aufgehoben. Hier ist einer. Oh. Oh. Ich hab den mit OP getötet. Ich loot den, das ist meiner. Das ist meiner? Nein, das ist meiner. Ich loot den. Der hat nichts. Boah, Bombzone. Der hat nichts, aber du lootest den, oder was? Der hatte nichts. Bombzone, komm rein! Der hatte nichts. Wieso hast du den denn lootet? Ja, geguckt, ob der was hat. Ja, aber du hast alles aufgesammelt schon. Ja, der hat ja nichts. Der hatte was. Also Munition zum Beispiel, die ich nicht habe. Was hast du für Munition? Fehlt Munition halt, ne? Was hast du für Munition? Fünf... Fünf, fünf, sechs und sieben, sechs, zwei. Der hatte nur... Der hatte... Munition hatte der nicht. Der hatte nicht mal ne Waffe. Doch, der hatte ne Waffe. Ich hab die doch aufgesammelt. Lüg nicht rum. Du hast Munition aufgesammelt. Und du tötest jetzt einen den... Mach gleich sein Auto kaputt. Boah, wie viele Autos hier rumstehen. Ja, alle laufen zu Fuß. Ich weiß nicht, wieso die so dumm sind. Die haben gleich kein Sprit mehr. Ja und? Dann holen wir uns einfach ein neues Auto. Ja. Wir sind ja genug... Fünf Kills, Alter. Voll geil. Aber die lade ich auch hoch auf, wenn wir früh sterben. Ich fahre in die Stadt hier rein. Oh, oh. Nein! Na hier die Stadt ist gut. Alter. Alter ich hab mich gedreht. Ich auch. Ich muss den Spritkanister mitnehmen. Ich muss das Auto volltanken. Ich auch. Ich hab kein Spritz mehr. Ich hab nur noch wenig. Auto? Das ist ein Auto. Boah, ich bin das. Kommt mit so ne... Tu wieder, ey. Wir haben so ein Pech. Boah, ne. Ich geh ins Haus nehmen an. Und gleich kommt ne Bombe runter auf mich drauf. Das wär einfach nur... Bullshit. Lootet trotzdem weiter. Versuch noch ins andere Gebäude zu kommen. Hier läuft ja. Nee. Doch hier läuft ja. Das war ich. Hier läuft wer. Oh, oh. In meinem Haus oder was? Nein, außen auf der Straße glaube ich. Weil du bist stehen geblieben auf der Karte und ich hab trotzdem Schritte gehört. Hier ist keiner. Hier ist keiner. Hier war doch keiner, ey. Ja, lauf ruhig durch die Bomben. Wir hätten 3er-Helm. Kommt, wir hätten 3er-Helm. Ich lauf. Ich lauf nicht. Ich lauf nicht. Jetzt lauf ich. Ey, wieso? Ich hab doch Glück. Siehst du doch. Ich bin nicht gestorben. Den 3er-Helm. Der ist bestimmt schon beschädigt, oder? Nee, den hast du gar nicht getroffen. Doch, klar. Ich hab den getötet. Ich hab 6 Skills. Ja, aber du hast den nicht gehetshottet. Das ist gut. Nein, ich hab 6 Skills. Der war aber gleich tot. Alter, wüsst du genau von wo ich komme. Aber ich brauch ein Kanister. Hast du das Haus da schon gelesen? Ja, hab ich. Das hier? Ja, da war ich schon. Hier war ich noch nicht drin. Ja, ja, okay. Du hast viele Sachen übersehen. Ja, war ist gut. Ich hab 5, 6. Du hast hier Magazine übersehen. Hier ist die Mini 14 übersehen. Und Scopes hast du auch übersehen. Boah, ich hab so viel Schuss, ey. Ich hab nicht viel. Ich hab 90 AK Schuss. Und 115 M4. Boah, jetzt mal mehr Energie. Ich hab aber kein Kanister, ne? Ja, ich such gerade einen. Meine Zone, die kommt ja auch. Ich suche, ich brauch nur einen Spritkanister. Mehr brauch ich nicht. Hier ist 7, 6, 2 Harmonie noch. In dem Haus. Was ist denn du? Hier. Wir müssen in die Zone. Ja, ich weiß. Ich brauch aber noch einen Spritkanister. Ich hab keinen Sprit mehr. Ich werd das nicht schaffen. Wir nimm dann ein Auto. Wir nimm neues. Da oben steht ein neues. Ja, dann hol ich. Ich guck nach Sprit. Ich hab Sprit. Ja, dann tank den neuen voll. Ne, ich tank den unseren voll. Ich hab jetzt keinen Bock da hochzulaufen. Hä? Das steht da vorne. Das ist viel näher als dein Alter. Hm. Egal. Ich hab Wöhn mit meiner Karre fahren. Ich den neuen. Ne, der steht weiter weg. Meiner steht doch gleich. Da steht doch meiner. Ja. Ja. Deiner steht 100 Meter entfernt. Und der steht vielleicht nur 50. Wie ist jemand? Echt? Hä? Wie ist jemand? Wo? Du hast geschossen, ne? Tankt der automatisch? Oder wie muss man das jetzt machen? Ich hab keine Ahnung. Hab ich noch nie getankt. Scheiße, wie geht das jetzt? Hä, wie muss man tanken jetzt? Ich hab hier einen vollen. Warte mal, ich löse, dass mir jemand tankt. Warte mal, ich setze mich mal rein. Benutzen. Du musst dich reinsetzen. Hä, hä. Einer schießt auf mich. Wo? Da, der. Kampf und fähig ist. Hier ist noch einer. Loll. Was ist das für eine Scheiße hier? Wo kommt die auf einmal her? Der hat mich voll down gemacht. Wo kommen die her? Keine Ahnung. Wie geht das? Ey, man hört ja auch nicht. Ja, weil ich mit dem Auto gefahren bin. Da scheiße looten. Ähm. Der hat die AKM. 7-6-2 Harmonie. Brauch ich 7-6-2? Bekleinert sich in einer Minute. Wir müssen gleich los. Ja, ich fahr jetzt. Okay, ich fahr jetzt auch. Ja, ich fahr mit dir mit. Warte mal. Ich würd lieber mit dir mitfahren. Weil... Ey! Sag das doch! Hab ich doch eben gesagt. Ich würd lieber mit dir mitfahren. Komm. Und du fährst einfach weiter. Komm. Gehst gleich aufs Auto. Dann hast du einen Schaden. Dann geht's schneller kaputt. Guck mal, das hat weniger Sprit als mein neues. Was ich geholt habe. Viel weniger. Da ist ein Notdruck. Eins ist nur halb voll. Meins war dreiviertel voll. Naja, ich hab den getankt eben. Ja, meins waren dreiviertel voll schon. Obwohl ich... Ich hab's neu geholt. Ja, ihr könnt jetzt vielleicht kommen, ne? Oben. Ah, hier ist die Schule. Wir gehen hier auf den Berg drauf. Wir werden sowas von sterben, ne? Da ist einer. Wo? Da oben ist einer. Da wurde geschossen eben. Hier muss einer sein. Hier wurde eben geschossen. Oh. Ich hätte hier Munition liegen lassen. Egal, wir sind in der Zone. Ich glaub auch hier. Wir sind Häuser. Aber hier wurde geschossen irgendwo. Wo? Hier war doch eben ein Punkt. Ah, da hinten hinter Maust ist einer. Ich heil mich mal kurz. Ja. Hier sind auf jeden Fall welche. Ein Skorp wär gut. Ich geh in die Häuser unten rein. Nein. Nein, nicht geschossen. Nee, da nicht. Ich bin auch gleich da. Ich trink noch einmal. Bombenzone. Ich hab 8 kills. Weißt du, Bombenzone? Ja. Ich brauch ein Haus, wo ich hoch kann. Hier. Ich hab Schaden gekriegt. Hier ist ein Auto drin, falls wir brauchen. Wie viel Kilt hast du? 1. Ich hab 8. Letztens die Runde hab ich ja auch. 10 und 15. 15 und 10. Bei Solo ist 17 mein Rekord. Noch. Solo kannst ja auch viel mehr machen. Nee. Squad. Nein. Im Solo kannst du viel mehr Kills machen, weil du keine teammates hast. Ja, aber das ist nur jeweils ein Gegner. Ja, aber trotzdem, du kannst viel mehr Kills machen. Und auch eigentlich einfacher, weil keiner wiederbeleben kann. Im Squad kannst du am meisten Kills machen, weil du 4 hast. Aber jeder einzelne kann nur weniger machen. Wir müssen eh in die Zone. Wir sind nämlich knapp nur dran. Da steht auf jeden Fall Motorrad. Ein Auto steht hier hinter dem Haus in der Garage. Nee, oben. Ich hab ja oben das Haus. Da steht aber auch ein Auto. Ja. Okay, dann nehmen wir das. Das steht hier direkt in der Garage. Ja. Hier oder was? Hier direkt in der Garage. Okay. Ja, Leute. Wir müssen nicht weit. Ich geh den Berg hoch. Dann können wir auch das Auto nehmen. Weil das Auto steht ja hier, ne? Wir sind, also wir müssten knapp in der Zone sein. Ich seh einen. Ich seh auch einen. Warte. Der ist zu weit weg für mich. Oh, ich hab ihn angetötet. Ich hab ihn angetötet. Ich hab einen. Also ist da keiner mehr. Ja, in der Schule. Nee, Schule kann keiner mehr kommen. Der war down. Da müsste noch einer sein. Wenn sie uns gesehen haben. Dann geh auf den Berg drauf. Die Schule wird sich bestimmt da zu den Häusern abspielen. Unser Auto ist weg, ne? Nee, ist noch einer zu. Ja, ja. ich hoffe aber jetzt aber hier sind aber hier sind neue das nur drop aber ich weiß nicht da wird bestimmt abgeaimt und da würde ich nicht hingehen aber auch kein scope 15 leute nur noch aber auch nur holo visieren brotpunkt ich geh zum loot drop ich finde rotpunkt besser die große ist hier drin jedoch ich will die nicht haben die scheiße du hattest du noch nicht 15 nur noch denkt dran wir sind hier am berg sind eigentlich voll gut wir können von beiden seiten ich habe wenigstens die munition geklaut ja die 76 freier brauche ich nicht ich habe nur 556 kommen ich probiere die mal aus 13 sekunden zone kommt berg ist nicht mehr drin wir sollten hier in der hinteren links hätten jetzt auch kein auto ich schätze mal das zieht sich wasser statt hin da schätze ich mal da ist ein auto ja warte wir müssen jetzt gucken wo die zone hinkommt es können auch welche von hinter uns noch kommen ja ich weiß ich glaube da ist keiner mehr 13 leute ne 13 ja die werden alle hier hinten sein die zone ist übelst klein schon alter ich hoffe wir haben glück und wir sind nicht in der zone äh in der zone noch dass wir hier bleiben können ähm ja das dauert noch 10 aber berg warte mal der berg ist noch drin ne ne der ist nicht mehr drin ne 15 leute in so einem kleinen gebiet ey ist schwer wenn die zone weiter weg ist holen wir uns das auto was da vorne steht ja die wird mini klein jetzt die zone ne die könnten auch hinter uns noch kommen ne ja ich hör was ne du hörst das auch wenn man gedruckt läuft hört man so na son ist da wollen wir uns das auto holen ja ich würde rein laufen durch die stadt ich schätze mal das zieht sich so stadt ich renne hier aber an den bäumen lang der berg wär gut wir müssten eh zum berg da hin ey sind wir offen ich hätte auch gern mehr schutz ich hätte auch gern mehr schutz ich hätte auch gern mehr schutz ja ich auch aber das wirst du machen ne die hallen sind da hinten drin ne das scheiße egal ich gehe auf den berg oben die häuser sind auch noch drin aber hier ist gut hier ist ein stein die häuser sind auch noch drin rechts ja von hinten können sie sich sehen ich muss kurz hinlegen hier sind jetzt die ganzen gegner wieso bist du nicht da hier sind jetzt gegner aufgetaucht da hinten ist jemand wo wo da beim auto siehst du und links ist auch einer hab ich ihn angehittet ich auch nochmal der liegt ist aus dem auto ich auch hinter uns sieht gut aus links neben uns ist noch einer links ja links der kriegt da der typ der kriegt weg der will hinterm stein der ist hinterm stein das ist ein zweiter noch ne wo denn rechts am auto der läuft der will zum loot drop am auto ist doch noch wer oder ne ich hab ihn kurz vor dem loot drop hab ihn abgeknallt der ist getötet ok ist keiner mehr links ist noch einer an der stadt an den häusern stadt wo ich sehe ihn oben auf dem dach ist einer wo denn rechtes haus das ganz rechte haus unten drin ist der andere ja das sind zwei scheiße wir müssen hier nicht tun ne komm äh die können uns abschießen ne nein ich renne hier hinter den bergen wir sind gut wir müssen Richtung loot drop hinter den bergen bei den sieben zwergen ja und egal wir haben ja Zeit ja wir können nach links gucken die kommen hä es sind nur zwei teams ne ja oben Balkon ist einer ja die werden uns jetzt pushen ja egal die müssen auch raus die müssen eher raus glaube ich ja ich muss hinterm baum kommen da wenn hier jetzt ja der loot shop wäre noch nice ne na aber egal oben auf dem dach ist wieder einer ja edge hat kassiert also der ist low tot oder was nein der ist low nur nicht down der ist drinnen da ne bis hier rein ich bin gleich in der zone und nicht mehr weit ich renne hinterher aber ich gebe die deckung ich sehe nicht ich sehe nicht von wo ah der ist da aua der hat mich angeht muss ich heilen ich renne hinterm baum ah fuck der kriegt mich wo ist der loot job der ist hier vorne die zone kommt kommst nicht rein die müssen die müssen ich renne die müssen wir sind nicht in der zone ne oh ja da läuft er wo wo der ich guck mal in den loot shop rein achter scope echt ja sind nicht in der zone ich renne weiter ich habe ich habe er ist tot okay komm weg zwei noch ja der loot shop hatte ne sniper scheiße ich muss mich heilen erst wo sind die anderen die sind bestimmt in der zone schon oben drin ja oben ist scheiße ich pumme mich voll mit schmerzpillen mit allem ey ich renne hoch ich will nur in die zone rein mehr will ich nicht die sind oben ich sehe keinen ich komme mich voll mit energy die können weiter oben sein ne ja ich gehe hier hoch und hier vorne bestimmt irgendwo also ich muss jetzt nicht dass sie am zonenrand lang laufen egal wir sind in der zone aber die sind bestimmt oben hundertprozentig ich will mir keine deckung leg mich mal hin und krieg mal hoch guck hier um uns rum die sind bestimmt auf dem berg drauf oder die sind außerhalb der zone ja denke ich auch mal ich guck hinter uns ich seh einen ich seh einen ne das ist ein motorrad das ist ein motorrad der berg ist auch noch drin scheiße ey ah fuck ey ich seh hier keinen zum warten bis die zone kleiner wird ich seh die nicht hier ist überhaupt keiner und jetzt sterben wir oder die sterben grad komm wir müssen hier hin die sind hier irgendwo hinterm berg wetten da steht ein auto da steht ein auto da steht ein auto ich schätze mal die sind im haus im haus ist das drin links das haus ist drin das auto ist halb drin wollen wir über den berg rüber zum berg hier rechts gerade die sind vergedückt ne ich seh hier keinen die müssen hier hinter sein die müssen hier sein ich seh keinen hä wo sind die die verarschen uns hinter dem ding da ich seh einen oh okay da ist dann bestimmt der andere auch ne ne der war so fort tot ne ja da ist ja noch einer 12 kills sind der erste oder was was ist der komm zeig dich der ist bestimmt da hinterm berg vor uns oder der pusht uns jetzt von hinten und knallt sich ich guck von hinten ja du guckst vorne ja ich guck vorne hier ist kein ich seh keinen hier geißer wo ja auf 105 glaube ich auf dem berg oder was da war das was sicher war der da jetzt oder jetzt müssen wir aufpassen ey egal wir sind in der zone ne da ist spawn da ist nur der schatten gesucht nicht dass der jetzt über den berg kommt die zone kommt der muss ja jetzt rauskommen der ist hinterm lkw vielleicht auch hey wo ist der der stirbt jetzt am zonenstein wir haben gewonnen hey wo ist der der lkw ist auch nicht mehr drin ne da müsste jetzt eigentlich rauskommen ah der berg ist noch drin ne der ist hinterm berg hundertprozentig woanders kann er nicht sein oder pushen pushen du rechts ich links oder was ja ok los aufstehen aber ja ja er ist hier bei mir 13 wo rot yeah winner winner so das war wieder eine runde pubg mobile wenn es euch gefeiert lasst einen fetten like da bis zum nächsten mal und auf wiedersehen